Sie werden merken, Mademoiselle, dass man nie genug von Paris sehen kann. Den Eiffelturm kennen Sie ja sicher. Als er erbaut wurde, war den Parisern klar, dass er auffallen würde wie ein bunter Hund. Und da drüben sind die Trocadero-Gärten. Wussten Sie, dass sich darunter ein Aquarium befindet? Das erste der Welt, erbaut 1867. Der Louvre, das größte Museum der Welt. Es ist so groß, dass es 100 Tage dauern würde, alles zu sehen. Ursprünglich war der Louvre eine Festung, die unsere Stadt schützen sollte. Heute schützt er unsere Kunst. Apropos Schutz unserer Stadt. Da sind unsere Lokalhelden, Ladybug und Cat Noir. Können wir anhalten? Ich wollte schon immer in Paris ein Croissant essen. Das ist genau der richtige Ort dafür. Das ist die beste Bäckerei von Paris. Meine Kinder lieben ihre Croissants. Sie haben Glück, sie kommen frisch aus dem Ofen. Tut mir leid, wurde aufgeregt. Wir sind die Erfüllung. Geht's euch gut? Tut mir leid, tut mir leid. Ist gar kein Problem, aber sag mal, ist bei dir echt alles okay? Das war ein ganz schöner Sturz. Mach dir keine Sorgen um mich, ich bin ziemlich tollpatschig. Ich bin das also gewöhnt. Wenn ich drüber nachdenke, falle ich ziemlich oft. Ich falle auf den Kopf, falle in einen tiefen Schlaf, falle aus dem Bett, verfalle der Liebe. Das Ganze tut mir echt leid. Wie kann ich das wieder gut machen? Schon gut, ist nicht nötig. Doch, allerdings. Maman, packst du noch ein paar Croissants ein für... Zoe. Hallo Zoe, ich bin eine wandelnde Katastrophe. Du scheinst nicht von hier zu sein. Woher kommst du? Ich komme aus New York. Wow, cool. Und was machst du in Paris? Ich bin wegen meiner Familie hier. Dann wird das ein toller Aufenthalt. Egal wo man ist, zusammen mit seinen Liebsten fühlt man sich gleich zu Hause. Entschuldigung. Wow, deine Sneaker sind der Wahnsinn. Hast du sie selbst bemalt? Ja, ich habe alles nett darauf geschrieben, was mir mal gesagt wurde, damit ich es immer bei mir habe. Da steht nur eine Sache. Ich hatte nicht viele Freunde. Oh. Wenn du heute Abend nichts mit deiner Familie machst, meine Freunde veranstalten ein Konzert. Ich gebe dir meine Nummer. Ich kann dir meine auch geben, wenn du willst. So verliere ich sie auf keinen Fall. Mach's gut. Dann bis heute Abend. Hier, für Sie und Ihre Kinder. Wow, aber wollen Sie Ihre Familie nicht was mitnehmen? Nein, Sie mögen es lieber sauer als süß. Danke, Mademoiselle. Genießen Sie die Reise. Willkommen, Mademoiselle Zoe. Bitte folgen Sie mir. Verzeihen Sie, Madame, aber Ihre Tochter Mademoiselle Zoe ist da. Zoe? Du siehst furchtbar aus. Ich nehme an, der Flug war entsetzlich. Jemand in der Economy Class, äh, stank nach widerlichem Parfum. Und die Stuart hat sich geweigert, das Fenster aufzumachen, um zu löften. Dein Vater hat dir kein Privatjet organisiert? Er war wohl wie immer zu beschäftigt. Es ist okay, dass du bei uns in Paris leben willst. Aber was war nochmal das Problem mit deinem Internat? Ich habe Kakerlaken in meinem Spind gefunden. Ist das zu fassen? Das ist toll, Schätzchen. Jean-Quentin, bring Sie zu Ihrer Schwester. Halt Sie fest! Irgendwann müsst ihr da rauskommen, Ladybug. Vor allem, wenn du nicht willst, dass mein Affe einen Bananen-Smoothie aus deinem Kätzchen macht. Wir haben nicht viel Zeit. Ich brauche deine Hilfe, um Cat Noir und Chloe zu retten. Du brauchst meine Hilfe? Zoe Lee, hier ist das Bienen-Miraculous, das einem die Kraft verleiht, seinen Gegner lahmzulegen. Setze es fürs Allgemeinwohl ein. Zu deinen Diensten, meine Königin. Aber Chloe wird ausrasten. Sie war doch Queen Bee. Chloe wird nie erfahren, dass du es bist. Du hältst deine Identität ja geheim. Und wenn der Job erledigt ist, gibst du mir das Miraculous zurück. Ich schaff das nicht. Ich bin nicht stark genug. Ich... Ich weiß, dass du das schaffst. Du musst nur eins sagen, meine Königin. Pollen, verwandle mich. Pollen, verwandle mich! Pollen, verwandle mich! Pollen, verwandle mich! Pollen, verwandle mich! Hey, du großer Oppe! Kämpf doch gegen jemanden in deiner Größe! Betreibung! Pollen, verwandle mich! Ha! Pollen, verwandle mich! Pollen, verwandle mich! Ah, Queen Bee? Nein, mein Name ist Vesperia. Wow. Ladybug braucht uns wieder. Freut mich, dich kennenzulernen, Vesperia. Gib mir eine Sekunde. Diese Vesperia ist im Vergleich zu Queen Bee die Form Dombert zu Roquefort. Süßer, raffinierter und sehr viel netter. Darf ich vorstellen, eure neue Mitschülerin Zoe. Bitte gehorcht ich meine, begrüßt sie herzlich. Ich verstehe das nicht. Als ich sie heute Morgen getroffen habe, war sie so nett. Das ist verrückt. Chloes Einfluss ist so toxisch, dass sie ihre Schwester innerhalb von ein paar Stunden verändert hat. Wir sollten sie da rausholen. Er nimmt sie auf. Können wir sie adaptieren? Reden wir erst mal mit ihr. Ich erledige das. Noch verbesserungswürdig, aber für den Anfang ganz gut. Als Belohnung darfst du zu Hause meine Diamantenschuhe anfassen. Dankeschön. Bis später. Wieso ist sie so gemein geworden, wenn sie vorhin so nett war? Vielleicht war sie ja hungrig. Ich wette, die echte Zoe ist die von unserem ersten Treffen. Ich hoffe, ich komme irgendwie an sie ran. Wenn du dich freundlich verhältst, kann eigentlich nichts schief gehen, Marinette. Mhm. Nein, nein. Ich weiß, etwas hält dich davon ab, du selbst zu sein. Wenn es Chloé ist, können wir heute Abend darüber reden, wenn du willst. Du kannst immer noch gerne zum Schiff kommen. Lächerlich? Tut mir leid, ich erklär's heute Abend. Schreibst du etwa Dupat-Cheng? Ich hab dich gewarnt. Wenn du nicht auf anderen herumtrampelst, trapple ich auf dir herum. Entweder bist du stolz darauf, wer du bist, bist stolz Teil meiner Familie zu sein und trittst in meine Fußstapfen oder du verschwindest. Bist du fertig? Das ist doch alles nur Teil meines Plans. Ich lasse Dupat-Cheng glauben, ich sei ihre Freundin. Und heute Abend auf dem Schiff werfe ich dann ihre ekelhaften Macaron in die Seine vor all ihren Freunden. Vollkommene Demütigung. Oh, brillant, äußerst brillant. Gut, ich könnte einen Kaugummi auf ihren Stuhl kleben. Nein, hab ich schon gemacht. Oh, ich könnte sie zu Unrecht bestrafen lassen. Zu einfach. Oh, Kakerlaken. Kakerlaken in ihrem Spind. Ja, ich bin genial. Hey, wo willst du hin? Ich probiere sie draußen an, damit die Diamanten in der Sonne glitzern. Alles in Ordnung, Zoe? Als ich jung war, wollte ich Filme machen, Geschichten erzählen. Ach, das ist mein wahres Ich gewesen. Aber mir wurde sehr deutlich gemacht, dass ich, um meinen Platz zu verdienen, ein paar Träume aufgeben musste. Was ist mit dir? Was sind deine Träume? Zuerst wollte ich Schauspielerin sein. Ich spiele gut. Aber dann merkte ich, dass ich nur noch spielte. Verschiedenste Rollen, um jeden zufriedenzustellen. So lange, bis ich nicht mehr konnte. Ich wollte nur so akzeptiert werden, wie ich bin. Wie ich wirklich bin. Und jetzt fängt alles wieder von vorne an. Ich kann nicht... Komm mit, ich zeige dir etwas. Ich nenne das mein Fach der Träume. Wenn ich einsam bin, weil meine Familie mich nicht so akzeptiert, wie ich bin, vergrabe ich meine Gefühle tief hier drin. Und da drin. Wenn du möchtest, kann ich etwas Platz für dich machen. Ich hab dich gewankt. Wenn du nicht auf anderen herumtrampelst, trampel ich auf dir herum. Hm. So, er hat mir geschrieben. Danke für alles. Du hast recht. Ich kann hier ich selbst sein. Denn du und die anderen werdet immer für mich da sein. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich wirklich zu Hause. Bis zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich wirklich zu Hause. Bis zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich zu Hause. Bis zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich zu Hause. Bis zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich zu Hause. Bis zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich zu Hause.